So, wir kommen jetzt hier wieder zurück. Ich hasse jetzt, wenn ich irgendwo runterspringen muss. Ich stelle euch einfach... Okay, also. Du interessierst mich jetzt aber trotzdem, was da hinten ist. Aber da ist auf jeden Fall noch ein... Ja, das ist nur ein Fackel, kein Würfel, ne? Okay, wir müssen aufpassen, dass da rechts ist ein Rohr. Das habe ich eben voll vercheckt. Das tut mir auch leid. Ich glaube, ich springe lieber von hier oben. So, Rohr. Freundchen. Das ist alles für einen Würfel, Alter. Was man nicht alles tut. So. Mehr Schaden. Und... mehr Leben. Lovely. Sonst ist hier nichts. Ich wollte eigentlich rüber. Schade. So, habe ich jetzt alles... Ich habe hier so weit oben alles einmal abgeklappert, würde ich sagen. Das sieht ziemlich gut erkundet aus. Dann probieren wir nochmal das so Runenrätsel zu starten und hoffen, dass mir... dass mir... Oh. Hä, warum habe ich noch einen neuen Punkt? Oder habe ich hier gerade nicht gespeichert? Keine Ahnung. Schon wieder? Ich habe noch einen Skillpunkt. Lovely. So. Dann starten wir das einfach nochmal. Und hoffen jetzt, dass ich durch die Brücke... ...einen Vorteil habe. Oder es zumindest schaffe. Sagen wir es so. Das wäre... So. Runter. Oh, das war dumm. Das hat mich Zeit gekostet. Also. Minimal. So, wie komme ich da hin? Rechts auf die Hütte, würde ich sagen. Hi. Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie kritisch, ungefähr. Das wollte ich eigentlich nicht machen. So, wie komme ich da hoch? Na ja, guck mal. Überraschend. Ja. Ähm. Die möchte ich nicht. Oh, doch. Easy. Wird. Ich habe ihn nicht gerührt. Warum habe ich ihn denn nicht gerührt? Was soll das denn? Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Okay, genau, was ich jetzt noch abgeschossen habe. Hallo, ich will das jetzt noch schaffen. Easy. Keine Ahnung, wie sich den zweiten da gerade nicht aktivieren konnte. So, jetzt können wir uns um die Gegner. Er springt mich einfach an und one-shottet mein Schild. Eis von oben. Eis von oben. Schlecht gekämpft, aber gut gestaubt. Ich hab nicht schon immer. Das nehme ich. Immer diese Entscheidungen. Wo entführt mich das Schicksal als Nächste? Ist das um mich rum? Oh, der ist der Schlimmste. Ein voll überheblicher Kerl, der ständig über Politik waffelt, aber nie einen Finger dafür grüft. Und, er trägt einen Schaden. Ähm, den Zauber mag ich nicht. Ich glaube, ich nehm wieder den mit dem... Vielleicht noch kurz, wie ist es jetzt? Oder den hier. Der sieht aber auch nach. Den hab ich ja zwei Eiszauber, das ist doof. Das wollen wir nicht. Der war das, oder? So, jetzt kommen wir uns hier noch kurz nach Wöhre fällen um. Wo kommt ihr jetzt her, what the fuck? Wir sind die Zauber-Slots ausgegangen. Äh, du stirbst. Du stirbst ja. So, Würfel, da oben sind wir für, guck mal. Dann holen wir uns den doch. Wie komme ich denn da hin? Das ist ne gute Frage. Kriege ich den Sprung von da auf das Banner? Also, mein Plan ist jetzt... Alter, hier hoch. Und jetzt da auf das Banner. Lovely. Hat genau so funktioniert, wie es sein sollte. Oder wie ich es haben wollte. So, das sieht auch stufmäßig aus, als wäre das da oben ein... Würfel gäbe. So, wir gehen jetzt aber natürlich erstmal weiter. Was da gerade explodiert ist. Einfach zauber-Schmeißen. Okay, Leben. Vielleicht, aber ich denke, ich habe es wieder in der Kleppe. Ich habe es tapferig entdeckt. Aber er habe ich auch. Und jetzt will er mir an die Kragen. Hilf mir! Warnschüsse sind nicht mein Ding. So. Wo bist du denn mit Schwierigkeiten? Ich hoffe weiter geradeaus. Ich will das nicht von Freien. Zwei Truhen. Oh, gnädig. Ich habe dich eigentlich nicht erwischt. Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Du bist nicht, du denkst, wie du halsst. Moment. Shotgun. Keine Lust. Ich will da hoch. Das ist halt... Gehört das nämlich zur Map? Warte, wir können ja mal gucken, ob das Map ist. Das ist Map. Dafür muss ich aber auf der anderen Seite hoch. Ja, warte mal. Da. Da muss ich hin. Da leuchtet es auch. Warum leuchtest du da? Da ist so viel Leuchter. Da ist eine Tagebuchseite. Wie komme ich denn da hin? Oder ich komme hier links, da drüber hoch. Also hier. Guck mal. Weißt du, man muss ja einfach nur... ...ein bisschen nachdenken. Nice. So, dann hier hoch. Ich würde alles für ein wenig mehr geben. Ja. Ist das okay? Hier ist nichts. Schade. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht so ein... ...but hier ist auch nichts. Hier, so ein Windbooster-Ding. Was bist du? Du bist immun gegen Feuer. Kriegst du zwei Eisbelts. Selber schuld. Hier ist so eine Tyros-Seite. Nice. Schon im Kampf. Das Lumpen-Gesindel hob nie zum Gruß die Tatze, wenn er Leute sah. Doch was dann geschah. Er fraß im Dorf die Katze. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Kaverne in Pracht. Ja, den Würfel habe ich doch eben von unten gesehen. Lovely. 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 Die rote Truhe ist auch aufgemacht. Nice. Ja, okay. Dann können wir ja hier wieder. Hier geht es zur Not runter, aber ich bin zurück. Nice. Okay. Ist zwar gar kein Umweg gewesen. Ja, wobei geht actually sogar. So, du bist schon bekannt, bevor ich jetzt den großen Fehler mache. Nice. Warte, wie viele haben wir noch? Wir haben noch so ein Stück und das rein theoretisch da oben vor uns. Ja, safe. Da sind noch zwei Würfel. Alter, da haben wir alle Würfel auf dieser Zone schon. Boah, ist das geil. Wir reden zwar nicht darüber, ich glaube 30 Minuten. Oh, Alter. Macht das aber eine. Ah, mein Schild ist ja nie voll. Ich habe immer im Kopf, dass mein Schild sich einfach auflädt. Das ist ja gelogen. Mein Schild lehnt sich ja gar nicht auf. Hey, Versp... What the fuck? Keine Ahnung, wo der Typ hier ist. Guck mal, so viel zum Würfeln. Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Der war jetzt aber echt langweilig. Aber... An gar keinen Wörfer. Brauch ich gar nicht. Ja, ich habe hier gerade technische Schwierigkeiten. Gibt mir Leben. Zudem muss ich mit dem Eis-Zaubern abwerfen. Drei Sekunden, wo bist du? Nee, ich kann nicht töten. Oh. Oh. Die gibt mir Leben. Wow. Immun. Wieso kann ich die auch nicht zünden? Oh ja. Ah, Alter, Ticker. Du hast echt... Keine schlechte Attacke-Volleger. Entdeckte Attacke-Volleger. Oh, die shit, Alter. Die Kultisten. Nice. Ja, gut, dass wir da jetzt schon diesen Einwürfel dann wiederfinden, war ja irgendwie jetzt doch sehr langweilig. Gut, hier sind jetzt Drachei-Lines. Hier ist eine Schriftrolle. Die Ausbildung hier ist hart. Ich gebe echt alles. Aber mein Ausbilder sagt, ich hätte den Killer-Instinkl des Gars. So kriege ich nie meinen K.O.T.Z-Nasenring. Dabei wünsche ich mir nichts anderes, seit ich vor ein paar Tagen erfahren habe, dass es sowas gibt. Was? Einer ist noch hier. Ich muss näher kommen. Ja, nicht so nah. Das ist lang genug. Das war gar nah genug. So. Wir gehen weiter. Ich brauche noch einen Würfel. Kann ich hier was schmieden? Boah, das wäre so cool. Hier sieht es nicht nur ein Würfel aus. Ah, guck mal. Hier ist ein Lebensding. Wie viel kommt denn jetzt noch? Hier kommt noch was und dann müssen wir noch den ganzen Weg... Ja, easy. Da kommt safe noch einer. Das heißt, hier davon aus, dass wir alle... Gut, dass ich diese Bomben habe. Er hat mich getroffen. Wir reden nicht drüber. Danke fürs Nachladen, Idiot. Kein Thema. Oh, Hilfe! Er ist direkt hinter mir! Oh, dem Oka sei Dank! Du bist da! Besiege dieses Monster! Oh, der geht erst mal weg, alter. Ich muss nachlaufen! Ah ja. Entschuldigung. Mich auch. Du bist ein Skelett, das... Postschauen? Du bist das gute Zeug. Du hast nicht um dein Leben gefläht. Wenigstens etwas. Also, ich glaube, ich muss hier... Pistole, Pistole, Pistole. Ja gut, wir nehmen mal kurz das Skelett. Nicht tot, nur erheblich wütender. Du hast dich in den Zauber. Oh nein, du bist nicht gelöscht. Entschuldigung. Na. Hiel mich, aber... Hiel mich, aber... Habe ich ihn noch erwischt? Ich glaube nicht. So, wo haben wir das nächste Skelett? Da. Digga. Ich muss landen. Das ist jetzt ganz kritisch. Nes! 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 Weg mit dir. Du mal folgens. Während ich ein paar Kobolde für unsere Sache sammle, musst du den großen Ofen mit Paparis Herz abschalten. Ich finde dich, wenn es so weit ist. So, haben wir hier einen Würfel. Da oben sieht es nicht danach aus. Da komme ich nicht hin. Wobei, die eine Kante da. Ach, da rennt sie jetzt rein, ne? Dann ist das für mich ein Dead End. Ach, landen. Danke. Im Shot kann man uns irgendwie wenig, wenn ich ehrlich bin. So, wir machen den Ofen aus. Den Ofen wird kalt. Zeit für einen unerwarteten Kälteeinbruch. Okay. Was ist das? Da habe ich nicht, höre ich nicht. Warum ist jetzt wieder so fadig hier? Haben wir dich gerade besiegt? Ich brenne alles nieder. Ah, ist wahr. Auf dieser Welt ist kein Platz für Schwächer. Friss das! Oh, wow. Und was kommt raus? Das Bett ist toll gelassen. Bereit zum Zaubern. Oh, ich mache Hackfleisch aus dir. Nein, verdammt! Was? Oh, wobei? Hm, nee. Langweilig. Kann ich eigentlich immer noch was ausrüsten? Mir fehlt immer noch was. Ah ja, ein zweiter Ringslot fehlt mir noch. Interesting. So. Ja, war ja klar. Können wir eigentlich mal hier? Fortschritt. Gedichtseite, Kopfberg. Verlorene... Ah, mir fehlt nur noch. Der Würfel. Krass. Das ist ja... Interessant. Hätte ich überhaupt einmal getroffen? Nur Staub soll übrig bleiben. Boah, da hat er mich aber gedupt. Was? Danke. So, wir halten natürlich nach dem letzten Würfel Ausschau. Ich meine, deine hälftliche Name. Ich höre irgendwas porten. Nach am Schicht in dem den Säurefass. Ach, halt noch die Fresse. Geht mir Leben. Ich habe all die Magie, die ich brauche. Ein Stück der Hälfte. Äh, der. Die machen echt frech Schaden. So, scheiß Baum du bei dir. So, haben wir unten was. Oh, das ist... Oh, das wird vorbei sein, bevor du es bereuen kannst. Das brauchst du nicht mehr. Keine Zeit für Gebete. Oh, warum ist jetzt das Lauf? Ah, da. Sim. Hm. Ich habe auch Kugelabsorption. 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 Da ist der letzte Würfel. Dann habe ich die Zone fertig. Ich habe... Ey. Kampagneausforderung 7 von 7. Das ist ja langweilig. Was mache ich denn jetzt hier? Abkühlung für die Firmen. Zauberslots sind bereit. Ich habe den Eis-Zauber und den, den ich gerade habe, sehr gerne eigentlich. So. 7,41 Schild ist das Maximum. Nice. So, wir gehen natürlich durch die Tür. Und jetzt hier. So. 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 Heißt du viel aus, Kollege. Aua. Mann, du stirbst noch auch am effect. Die waren heavy. Gibt ja wie viele guten Stats was. Was haben wir denn hier? Blitzzauber. Das ist doch Blitz im Gegensatz zum Heilzauber. Ich habe noch nie etwas getötet. Was ist denn da unter mir? Ach, das da unten ist unter mir. Krass. Kann ich hier runter gucken? Da müsste ich runter gucken. Aber du musst allein gegen Vorkana kämpfen, Champion. Ich würde keinem wissen, rein theoretisch, ob ich runter springen kann. Aber ich glaube, das wird ein bisschen weiter der Weg, das wieder hochzulaufen. Einen Drachen zu töten. Oder einen falschen Drachen. Zeit, irgendwas zu töten. Eisiger Tod. Stromschlag. Achso. Ich habe mich gewundert, warum ich hingehe. Aber ich hingehe wegen ihr. Sie geht jetzt zu gucken, oder was? Feiges Stück. Uh, was bist du? Kannst du was? Das war's, war so großartig. Das war's. Das war's an der Tür. Ja, hoppala. Das habe ich jetzt einfach gekauft. Das sah nämlich stärker aus als meine. Ja. Und hat deutlich weniger Abendweite. Lovely. Hallo. Endgegner Pöller, Alter. So, wir haben Full Shield. Wir haben Full Leben. Wir rutschen hier rein. Hi. Oh, läuft voll die Arena. Komm mal, da ist sie. Und da... Ich bin echt gespannt, was kommt. Oha. Wow, was bist du? Ich bin gespannt, was danach kommt. Ich gehe nicht davon aus, dass das der ganze Passwort sein wird. Aber dem mache ich gut schaden. Die Luft wird eisig. Die Luft wird eisig. Ah, schön, Mann. Kostet mich nicht voll. Ja, Gott sei Dank, das ist jetzt irgendwie zu einfach gewesen. Jetzt kommt's. Ähm. Ach so, moin. Ja, guck mal, da steht wieder auf. Ah ja. Zack. Guck mal, da kriegt ihr einfach zwei davon und ein Blitzsauber. Da ist es wirklich wieder Tode oder Nachholung. Ja, guck mal, ich muss aber nur die Dinger... Nein, 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 ich mach... Mundat, mach mal. Schöne mal. Ja, das ist ja der Sinn der Sange. Ach gut, da ist es ja. Ah, schöne mal. Na, Fall bitte um. Verteidigt, Borgengott. Ich befehle es. What the fuck? Als ob der jetzt schon tot ist. Oh, Legendary. Mein Kampfschwein, Feuerte, Künstlerkampfschwein ist leider für die Wikinger. Nicht für mich. Schade. Ich würd sagen, ja. Du hast cool. Noch hab ich jetzt. Zauberschaden, Künstlerkampfschwein, Feuertenschaden. Ich brauch keinen Feuertenschaden. So, guck mal hier. Ja, chill. Ich hebe ihn dir schon. Boah, krieg ich jetzt einen Nasenring? Goll. Na, schade. Ich dachte, wir können das jetzt aussuchen. Finden wir jetzt eigentlich heraus, wer Walkana gesteuert hat? Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss der K.O.T. Set-Führung von unserem Sieg verrichten. Es gibt so viel zu tun. Okay. Gibt's noch Loot? Kein Loot? Set live. Was hab ich denn freigeschaltet? Ah, guck mal, den Nasenring. Wirklich. Was für ein Gott kann sterben? Schleudert bei einem Bodenschmetter ein Ziehsuchen, Feuerball nach vorne. Okay, du bist fair. Das ist ziemlich cool. Aber bringt mir leider nix. Nicht. Ah. So. Lange war ich. Ah, guck mal, es gibt jetzt vor jedem Boss immer Schnellreisestationen. Das ist so lovely. Ja, to be fair. Dann würde ich sagen, dass wir hier Ende machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Was bist du, wenn der Schieserbrink ein Treffer zaubern könnte? Vielleicht erzähl ich was. Ja, nice. Aus einem ganz einfachen Grund, dass ich jetzt gerade schon wieder 200 Stunden aufnehme. Und wir, wenn ich das richtig sehe, die Zone komplett durchgespielt haben. Wir haben alle Kampagnen-Dinger fertig und wir haben alle drei Nebenmissionen hier gemacht. Das heißt, wir haben die Zone in einem Run durchgemacht. Ohne, dass ich extra nochmal nach rein gehen muss und suchen. Klar, wir haben ein bisschen länger gebraucht und wir auch gut erkundet haben. Aber das ist nochmal clean, Alter. Das ist nochmal fucking clean. Das heißt, ich mache hier Ende. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten, also für mich Aufnahmesession, für euch in der nächsten Folge. Haut da rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.